Hallo Leute, hier ist wieder euer Reaper und heute gibt es wieder ein neues Video zu Call of Duty Black Ops 4, den diesjährigen Call of Duty von Twerk. Und in diesem Video geht es eigentlich wieder um neue Informationen zum Zombie-Modus und zum Reveal des Zombie-Modus. Und zwar gab es nämlich heute einen neuen Livestream von Twerk wieder, in dem sie leider mal nicht über den Zombie-Modus gesprochen haben, sondern eigentlich nur über den Multiplayer. Also die haben da wieder ein paar neue Informationen rausgegeben, wie zum Beispiel, dass es eben zum Release von Call of Duty Black Ops 4 eben vier Karten, also vier Multiplayer-Karten, aus Black Ops 1 mit dazugeben wird. Also eine der Karten sind zum Beispiel Firing Ranch oder Summit und eben über diese Informationen haben sie darüber gesprochen. Das heißt im Livestream selbst haben sie eigentlich mal nicht über den Zombie-Modus gesprochen, aber Twerk wäre nicht Twerk, wenn es nicht trotzdem an dem heutigen Tag nicht irgendwelche Informationen zu dem Zombie-Modus geben würde. Und zwar wurde auf der Community-Seite von Call of Duty ein neuer Brief so in der Art verfasst und zwar von Jason Blundell direkt. Und das Ganze habe ich natürlich für euch mal auf Deutsch übersetzt und werde es auch hier mal vorlesen, beziehungsweise was er eigentlich hier geschrieben hat auf der Seite. Und zwar steht dort geschrieben von Jason Blundell. Vor ein paar Wochen hatten Craig und ich das Privileg, die Bühne zu betreten, um Black Ops 4 Zombies auf der Welt zu enthüllen. Ehrlich gesagt, die Resonanz war überwältigend und beweist einmal mehr, dass unsere Zombie-Fans die leidenschaftlichste Community sind, die wir uns wünschen können. Mit Nine, Voyage of Despair und Blood of a Dead, alles auf einem Disc, ist das gesamte Team von Twerk stolz darauf, euch mehr Zombie-Inhalte zu bieten als jedes andere Spiel in unserer Geschichte. Sorry, dass Craig und ich heute leider nicht zu dem Livestream kommen konnten, aber wir verpassten es aus gutem Grund. Wir sind gerade unterwegs und arbeiten an einem ganz besonderen Projekt, das wir etwas später veröffentlicht werden. Während Craig noch eine Weile im Blighty bleiben muss, freue ich mich sagen zu können, dass ich wieder in Los Angeles sein werde, um auf einem speziellen Zombies-Panel auf der E3 zu erscheinen. Achten Sie darauf, die Social-Channel von Twerk im Auge zu behalten, um Details zu erfahren. Jason Blundell Ja, wie gesagt, der Brief wurde von Jason Blundell anscheinend verfasst und sie konnten heute, wie gesagt, an diesem Livestream nicht teilnehmen, weil beide eben unterwegs sind. Jason Blundell hat angekündigt und das wurde schon vor ein paar Tagen schon angekündigt, dass er eben auf der E3 sein wird und dort sogar in diesen Kolosseum sein wird. Also da, wo immer die ganzen Reveals sein werden, immer alles vorgestellt wird, Xbox, Sony, alle dort immer vorhanden sind und die ganz großen Pressekonferenzen eigentlich immer stattfinden. Und das ist eigentlich schon mal ziemlich interessant, denn Jason Blundell ist ja der Leiter des Zombie-Modus-Studios und wenn er dort vorhanden sein wird, dann gibt es auf jeden Fall neue Informationen zum Zombie-Modus auf der E3 in der nächsten Woche. Und da bin ich wirklich gespannt drauf, da wird es auch wieder Videos dazu geben, was denn eigentlich dort wieder gesagt wurde, ob da wieder irgendwas Neues eingekündigt wurde und so weiter. Das wird dann alles nächste Woche wiederkommen auf meinen Kanal. Des Weiteren schrieb er dann in dem Brief, dass eben Craig, das heißt der andere Mitarbeiter von Twerk, der eben auch auf dem Reveal-Event von Twerk mit dabei war, dass er eben gerade noch in Blycteer unterwegs ist. Ich habe auch mal geschaut, was eigentlich Blycteer überhaupt ist, aber Blycteer ist so eine englische Slang-Bezeichnung für Großbritannien, die eigentlich so historisch aus dem Ersten Weltkrieg stammt. Das heißt, er ist noch irgendwo in Großbritannien unterwegs, was er aber da genau macht, keine Ahnung, vielleicht hat das auch wieder irgendwas mit dem Zombie-Modus zu tun, dass sie da noch irgendwelche Informationen sammeln, ob das irgendwie vielleicht noch irgendwie ein Hinweis darauf ist, in welcher Zeit die ganzen Karten spielen, was auch immer. Keine Ahnung, könnte es sein, aber wie gesagt, arbeiten anscheinend beide an einem Projekt und das hat auf jeden Fall wahrscheinlich mit dem Zombie-Modus zu tun. Und vielleicht erfahren wir auf der E3 dann auch endlich mal, was es eigentlich für Special-Editionen für Black Ops 4 geben wird, wie zum Beispiel bei Black Ops 3 gab es ja diesen Chuggernau-Kühlschrank, den ich eben auch besitze und da gibt es eigentlich bis jetzt immer noch keine Informationen dazu. Deswegen wird das vielleicht auch der E3 angekündigt. Mal schauen. Ich bin da mal ziemlich gespannt, was jetzt noch alles zum Zombie-Modus eigentlich bekannt gegeben wird, weil ich meine, wir wissen schon von drei Karten, von ziemlich vielen Informationen zum Zombie-Modus und ja, wenn ihr eben Bescheid wissen wollt, wann eben der Livestream stattfindet von Twerk auf der E3, dann folgt doch auf jeden Fall mir auf Twitter und auf Facebook. Link dazu findet ihr natürlich in der Beschreibung, denn dann werde ich natürlich auch den Link auf meinen Social-Media-Plattform auf jeden Fall teilen und dann könnt ihr eben diesen Livestream dann auch anschauen. Und das war es jetzt eigentlich auch schon wieder zu diesem Video. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen und auch wieder weitergeholfen und damit sage ich mal, bis zum nächsten Mal, euer Reaper. Bis zum nächsten Mal.